Yo, was geht ab mir jetzt? Auf jeden Fall, Karol. Hier, ich habe es in der Hand und zwar du hast 1000 Euro schon auf deinem Konto. Aber du kannst auch zusätzlich dazu 50 Euro verdienen pro gehaltenen Schuss. Und ich kann das Minus aufholen, wenn ich treffe. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Vamos. So, der Timer läuft. 20 Minuten ab jetzt. 20 Minuten, Leute. Bleibt immer in die Kommentare rein, wie viel Euro würdet ihr machen, wenn ihr 20 Minuten so auf mein Tor schießen könntet. I'm ready, Bro. Jawohl, da ist er. 950. Samu, danke. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße. Da sind wir zurück beim Anfang, Kubanito. Ich war mit meinem eigenen Manöver überfordert. Ja. Wieder. One Hander. Nur mit Kopf. Spaß. Locker Spaß. Spaß. Komm, ich halte jetzt zwei Stück. Die Sonne macht es nicht einfacher. Okay, weiter. Let's go. Wo ist immer? 0,9. Nein, 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 nein. Ich hätte mehr die Mitte gesehen. Vielleicht nur alle zwei, drei Bälle halten. Bruder, das ist keine Chance, weil jetzt schieße ich ernst. Guck, keine Chance. Jetzt denk ich, ich chip. Komm, weiter, komm. Was ist immer, Bro? Bei sieben Minuten. Ha, ha, ha. Wir haben alle gelacht. Nein. Bro, ich selber. Für den chipt hast du selber. Ich chip jetzt nicht versprochen, okay? Versprochen, versprochen? Oder nur ehrenlos versprochen? Versprochen. Okay. Ja, da bleibt ja nur angewürzt und stimmt, der liebe Kao, oder? Ja, du hast doch gerade gesagt, du chipst. Der King Kao. Ja, du hast gerade gesagt, du chipst. Auf deinem Bot kann man nicht Wert legen. Locker, easy. Time Master, Game Master. 12 Minuten. Okay. Wie viel Minus? Wie viel Minus? 200, 700. Ja! Du hast dich unnormal verwirrt, weil du nach da wolltest und mein Kopf war so klar, dass ich auch da war. Ja! Nee! Komm an, Digga. Keine Einzige. Ey! Ey, Bro! Bro! Guck, wie ich den reinhau, Digga. Ja, Mann! Ab geht in die Mitte. Kann sein, wenn ich jetzt mit schießt. Und dann macht es so gut, Digga. Das ist so wahr. Den hättest du jetzt mit. Komm, Leute, ich schaff das. Wer glaubt doch an mich. Jetzt leißen wir. Richtig, Bro. Kannst du tun. Immer die Bälle einfach wegklatschen, damit Kuba laufen muss. Weil diese Zeit ist wertvoll. So heiß, Leute. Ich will sterbe. Hitzeschlag. Co-programmiert. Nooo. Jetzt bist du wieder drin. Ja, Mann. Gut geschossen. Acht Minuten noch. Junge, ist das anstrengend, Mann. Tu das halt. Total. Ne? Seid ihr ready, Jungs? Seid ihr ready überhaupt? Oder seid ihr... Ja, Mann. Es ist zu heiß. Wo sind wir, Game Master? Minus 55. Es ist zu heiß. Wie viel? 550. Ja! Komm. Digga, der Typ ist einfach wieder in eine Beziehung mit. Platte, Pfosten, Familie. Komm, Mann. Hey, Tio, ich hört aufs. Ich sterbe. Ich bekomm hitzeschlag. Mach schneller, komm. Ey, der schießt nur nach rechts, Alter. Timer geht weiter, noch sechs Minuten. Danke für die Abkühlung. Nein! Und es geht genauso weiter in die Mitte geschossen. Mann! Ich hab keinen Bock mehr. Es ist heiß. Ich fick diese Mitte. Ich hab Frauen und ein Kind zu Hause. Ich brauch das Geld. Ey, sag's doch nicht. Die glauben alle nachher noch. Weiter, weiter, mach zu Gott. Weiter, Bruder. Ich hab immer aufstehen. Ich muss immer springen. Chill, Mann. Ich mach quasi immer Squats. Entspann dich. Wo sind wir, sag mal? Bitte. Mann! Nicht bei mir. Oh. Dann kann ich den ziehen. Nein! Geh mal Ball, Digga. 10 Minuten, 150 für mich noch. Ist safe. 200 für mich. Ey, ich schaffe es in diesem Video noch vielleicht auf Null rauszukommen. Das wäre schon überragend. In 20 Minuten, ey, verschiebt. Auf Kunstrasten mit Tartan, äh, mit Granulat. Was für Tartan haben wir nachgeholen. Wow, Mann. Mit sauer sein alles. Habt ihr gemerkt, bei Kuba ist jetzt Mitte. Nein! 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 Kommt, der muss! 150. Okay, Master. 150. Wo sind wir? Welche Minute? Zwei. Oh, mein Gott. Oh, Leute, schafft das! Jetzt rennt er wieder. Komm, rennen. Du musst du auf E-feuer um flammen. Komm. Komm. Du musst du auf E-feuer um flammen. 0, Ne? 0, Ne? Wie lange noch? Oh! 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 Come on! Come on! Oh, Jules! 50 plus, ne? 50 plus, ne? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange? Eine Minute. 100 plus, ne? 100 plus, ne? 100 plus, ne? Ah! Joke! Das ist so geiling! 8, 2, 3, 2. Wie lange noch? Komm, noch zwei. Ja, Karolito, ich glaube, du zahlst mal, oder? Du bekommst Geld, oder? Ja, fast. Was? Ach so, da fehlt noch. Aha, aha, mal wieder Wort nicht halten. Wartet, jetzt sind wir bei 200, ne? Aber Props dafür, Wettschulden sind Ehrenschulden. Wir haben doch bei mir was gedreht, ne? Wir haben auch bei dir was gedreht, also es hat sich gelohnt, sozusagen deinen Arsch zu verkaufen. Du kriegst deinen Hack, Leute. Kommt vorbei, Leute. Aber ansonsten, ich hab noch ein bisschen Geld, Prof. Wir machen weiter. Aber wie fandest du sie im Tor? Hast du gedacht, dass du... Ja, bis auf Null war, war top. Hättest du geschätzt, dass du bei welchem Betrag bleibst? Ich wäre... Ich war zufrieden. Ich war zufrieden eigentlich. Ich hätte schon gern Plus rausgeholt, aber ist okay für das erste Mal. Jetzt weißt, wie du Elfer schießen tust. Beim nächsten Mal gewinne ich ein bisschen mehr. Ja, und für mich selber war es noch ein bisschen Training. Auf jeden Fall, Leute. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr als nächstes für Challenges wollt. Einfach unten in die Kommentare schreiben und wieder hochliken. Wisst Bescheid, pro 1000 Likes mehr erhöhen wir das Ganze wieder. Um ein Zehner. Ja, genau. Also Leute, wisst Bescheid. Liken liken. Kau abchecken. Wir sehen uns. Bis. Bis.